Bitte bleib bei mir! Ist okay? Ich dreh mich jetzt ganz langsam um und ich sehe nichts. Bullet, tu mir den Gefallen. Oh, Steine! Herzlich willkommen zurück, VR-Gamer! Der Zarg stürzt sich hier wieder in den Wald. Ich habe es gerade gesehen. Blair Witch Project. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und warte jetzt hier. Wo ist mein Kollege? Bullet? Mein Hund? Ja, ja, ja. Komm, direkt rein hier. Kapitel 4. Der Strom. So, eine gute Nachricht. Es ist wieder hell geworden. Bullet läuft noch nicht weg. Bullet ist weg. Die Brauche hält sich die Taschenlampe. Ich bin überall angerufen hier. Anruf von Lauf. War das hier? Okay, keine Ahnung. Irgendwas hat vibriert. Ich weiß nicht was. Bullet? Alles gut. Alles gut. Es ist wieder hell. Ja, es ist wieder hell. Ich leg mal ab! Hier. Nimm den Steak. Nimm den Steak. M掰掰. Sehr gut! Ähh. Da ist er. Er hat ihn gegessen. Okay. Bullet. Such, du bist mir lang. Ich kann ihn nach links, ich kann ihn nach rechts. Ist das dein Bunker? Ne. Ist hier irgendwas, Bullet? Sehe ich irgendwas nicht? Na gut, dann gehe ich suchen. Dann gehe ich halt suchen. Hier links gibt es doch doch nicht. Der wird schon irgendwann hinterher kommen. Ist irgendwo ein Bach? Warum wird denn die Musik so? Und was ist mit Bullet? Das ist doch nicht richtig, oder? Es ist hell, mir passiert nichts. Es ist hell, mir passiert nichts. Es ist hell, mir passiert nichts. Bullet ist nicht da. Das ist falsch. Ach man. Kann ich hier rüber? Noch so eine Schnitzerei. Okay, ich soll hier wohl die Schlange. Ah, da liegt auch noch was. Was ist das? Müll. Ach so, das ist einfach nur Müll. Wir räumen also auch auf hier. Nicht nur den Müll, wir räumen auch die Hexen weg, ne? Oh, Gott, es ist schrecklich. Es muss sich wert sein. Gut, 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 gut. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder irgendeine Grenze überschritten hier mit dem Bach. Kann ich hier durch? Hier liegt aber nichts, oder? Hier liegt aber nichts. Boah, es verunsichert mich so krass, dass Bullet nicht dabei ist. Jetzt kommt wieder so schreckliche Musik. Kapitel 5. Was war denn Kapitel 4 jetzt? Komm, Bullet, jetzt. Jetzt spiel, lad Bullet nach. Bullet? Bullet? Ah, Bullet! Oh, Gott, hab ich dich vermisst? Ja, alles gut. Alles gut. Braver Hund. Es ist dunkler geworden. Sehr gut. Und wir haben hier eine... Schachtel. Ja, weg damit. Alles Trash. Oh, ey. Ich hoffe, man hört das nicht so krass, was war meinen, Bullet. Also, mein Hund sitzt vor der Tür und heult. Was ist das? Was findest du? Alright, good boy. Good boy. Dann move usher. Bullet? Wo bist du denn? Was machst du denn jetzt die ganze Zeit? Heal. Komm. Komm. Komm mit. Ja. Ja. Komm bist du jetzt mit? Kommst du jetzt mit? Ja. Okay. Ja. Das ist geil. Ja. Jetzt kommst du mit, ne? Yeah. Bullet. Was ist denn da? Siehst du irgendwas? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, oder? Okay, irgendwas ist hier auf jeden Fall. Das ist eine Hand. Das ist... Ist das eine Leiche? Warum? Geh weg. Nee. Nee. Hallo? Wie soll ich denn da rankommen? Spiel, gibt es einen Knopf für Ducke? Ich muss doch dieses Foto nehmen können. Das ist ja neu ist. Und das ist ja neu. Und das ist ja neu. Das ist ja neu. Das ist ja neu. Oh, sch-sch-sch-sch, es ist okay, buddy. Ich mag es auch nicht. Lass mich mal schauen, und wir werden... Jesus Christ! Warum? Ja, warum? Ich muss es aber doch, oder? Ich will... Mann! Wer ist denn das? Kann ich jetzt... Jetzt kann ich das Foto wählen. Und jetzt? Ist hier noch irgendwas? Übersehe ich irgendwas? Dann muss ich, glaube ich, zurück. Ich habe eine Weibbahn neu. Bullock, wie kommst du da hoch? Bullock, wie kommst du da hoch? Hä? Ey, Bullock, langsam hast du mir Angst. Ey, Bullock, langsam hast du mir Angst. Was machst du da? Das kann nicht richtig sein. Das ist doch jetzt wieder anders hier, oder? Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Nein. Ich habe dich, bis dir noch einmal... ... gaugezu, wenn du da hoch ist. Was ist denn daran abstoßen? Ich verstehe die Dinger noch nicht. Es wäre so viel entspannter, wenn ich Bullet dabei hätte. Ich spreche sie. Jetzt besser, dass ich Schweizer. Habe ich die Hürde eben einfach übersehen? Kann das auch sein, hier ist doch... Ah ne, das ist nicht... Ach hier war der Fluss, oder Bach? Ist das wirklich der richtige Weg zurück? Entweder ich gehe verrückt, oder... Lauf, ich lauf einfach! Oh Gott, das ist wieder so'n Scheiß aus dem Krieg! Einfach laufen! Ich glaube mir passiert nix! Ich glaube mir passiert da nix! Ach du Scheiße! Puddles, bitte! Tu mir ein... Scheiße, nein, nicht jetzt! Komm schon, arbeite! Bitte, bleib bei mir! Ist okay! Ich dreh mich jetzt ganz langsam um... Ich seh' hier nix! Puddles! Tu mir den Gefallen! Steine! Oh, Steine! Ich... Ich... Ich hab' alle Zeit... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich nehm's für direkt! Ich bin nicht hier gelandet! Ich hinterfrage gar nix mehr! Pull it! Pull it! Was ist das?! Was willst du?! Geh weg! Ach Sheriff! Hilf! Hilf! Ich glaube ich muss mich bewegen, oder? Okay! Still stehen bleiben! Ich glaube ich hab' dich nicht gesehen, weil ich einfach... ...still war! Oh, Scheiße! Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, eine Rutschpartie! Eine Rutschpartie! Und ich hab' schon wieder nicht das Gefühl, dass Puddles hinterher ist! Und ich hab' schon wieder nicht das Gefühl, dass Puddles hinterher ist! Oh, Scheiße! Auf jeden Fall ist der Name durchgestrichen! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ich hab' schon nicht aus! Oh, Scheiße! Over here. Wer ruft denn jetzt an? Das ist ja der Wahnsinn. Sind das Malereien oder sind das schlechte Texturen? Was, du bist ein Schädel? Bist du ein Schädel? Oh Gott. Bist du so eine Verrückte? So eine Stalkerin? Ja? War das jetzt die Antwort auf meine Frage? Es ist dunkel. Kapitel 7. Das zweite Zeltlager. Okay, ich... Wie lange habe ich aufgenommen? Scheiße, Scheiße. Wahrscheinlich hört ihr wieder nichts. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht woran das liegt. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was. Ich weiß nicht mehr, was. Wie lange hat es valeur? Wie lange hat es den Schlagen? Ja? Ich weiß nicht mehr, was. Vielen Dank. Was ist das, Junge? Ist etwas falsch? Ach, da ist wieder so ein Zeichen. Okay. Ich habe keine Ahnung, die Dinger machen mir gar keine Angst. Das hier macht mir Angst. Marius! Oh Gott, Marius, was ist passiert? Kann ich mir einen Schlafsack hier nehmen? Ich tue ihn schon mal da rein. Es war auf jeden Fall noch mal jemand hier. Ja, er hat mir auch eine Kassette hinterlassen. Da liegt aber auch was, oder? Ein Wolf, ein Mensch, ein Elch... Mensch... Eine Kinderzeichnung auf jeden Fall. Das war die Schaufel auch, oder? Okay, hier muss dieser Felsen liegen. Und ich glaube, der Kassette kann ich ihn sozusagen aufheben. Okay, Bullet, du bist wieder voll dabei, oder? Dann folge ich dir mal. Er hat ja gesagt, das liegt in der Nähe, ne? Ist das hier? Ja. Ja. Sauber. Sauber, Bullet. Ja, schön, klar. Sehr gut, das ist Teamwork. Endlich bist du wieder dabei. Drei. Okay, da stand ja auch gerade im Brief irgendwas von, ne? Okay, sehr gut. Oh, ist das schön wie der Bullet beim Zahn. Jetzt nicht so schnell. Bullet, nicht so schnell. Kapitel 7. Das zweite Zahnlager. Waren wir da nicht gerade? Ja, das sieht... Das ist meine Marke bestimmt, oder? Eine Dog-Tag? Woher... Nein, nein, das ist nicht möglich. Ja, ja. Wir gehen weiter. Bullet, geh auf! Das scheint auf jeden Fall die Richtung zu sein. Und das sieht wieder nach irgendwas aus. Es wird so rötlich. Bullet! Hallo? Hallo? Anybody there? What? Who is this? Anyone? Da war doch kurz was. Bullet? Ah, Bullet. Hä? Warte mal. Das ist... Das ist doch Arabisch. Elisha 5, this is Monarch. Do you copy? Oder irgendwie auf jeden Fall da... Elisha 5, this is Monarch. Do you copy? Irgendwie sowas halt, ne? Ihr wisst schon. Worauf ich hinaus will. Das gehört hier nicht hin. Elisha 5, this is Monarch. Do you copy? Ja. Ja. Das ist Ellis. Over. Das sind bestimmt durch ähm... Funksprüche aus dem Krieg, die ich jetzt noch höre. Im Kopf. Du hast Angst. Vor wem? Vor was? Licht. Wir wissen, dass Licht keine Waffe ist. Weiß ich ja nicht. Woah! Woah! What the hell? Bullet. Lass uns einfach durch hier. Irgendwie durch. Schnell. Bullet. Lauf. Nicht umdrehen Bullet. Weiter laufen. Du bist nur Blätter. Das sind nur Blätter. Der Wind. Der Wind ist das. Alles ist okay. Ich weiß es nicht. Feuerstelle. Da können wir nicht hin. Ja. Bullet. Komm. Lauf. Das ist alles nicht echt. Das ist alles nicht echt hier. Uns passiert nichts. Laufen wir im Kreis? Bullet. Bullet. Laufen wir im Kreis? Okay. Da hab ich dich durch. Das hat mir irgendwas getan. Ja. Danke Bullet. Jetzt. Weiter. 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 Ah. Licht. Licht. Hohle. Wir haben wieder Licht. Da ist unser Licht Freund. Uh. Was? War das 2? Ich bleib bei dir, Bullitt. Ich bleib bei dir. Was ist das? Bullitt, führ uns. Was ist das? Oder was? Bullitt? Können wir weiter? Was ist das? Okay. Einfach wieder laufen. Einfach wieder laufen. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, wir können sterben. Aber ist dann auch nur halb so wild. Ja, ich folge dir, ich folge dir, Bullitt. Komm, lauf, 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 lauf. Wie eben, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Einfach weiter. Ist alles super fake hier, das sehen wir doch. Kapitel auf dem Schlagfeld. Okay, ich glaube, ich kann die Folge beenden. Das muss reichen. Ähm, ja, jetzt gar nicht mehr so die krassen Jumpscares dabei. Eigentlich nur der eine in der letzten Folge. Aber, ja, ich scheiß mir trotzdem in die Hose. Kapitel 8. Ich muss mal upchecken, wie viele Kapitel da jetzt auch kommen. Er sagt ja 7, aber wir sind in 8. Das haben wir alle gesehen. So. Okay. Ich zeige jetzt nicht mehr weiter. Vielleicht später nochmal. Ich ziehe das auf jeden Fall noch durch. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Glaubt an mich. Drückt auf Gefällt mir. Abonniert den Kanal. Haut rein.